so da haben wir einmal mit zilimonics sahnige bröckchen steckbusch sonst ist von hier gar nicht so viel zu sehen erdnussbutter lagerfeuer ok ein gulaschhof und egabell ein eingefrorenes ei bist du nicht egabell? wieso ist das gefährlich? du bist da nicht in gefahr oder wie? ich kann es anordnen ich bin hier seit Wochen auf meinem eigenen ich bin gut und was machst du hier? ich bin überleben und mit ins lager nein nicht bis ich Liz finde da haben wir ja was gemeinsam was ist mit Liz passiert? wie kann ich dir helfen? das kann ich dir nicht versprechen egabell wir folgen ihr mal um ihre geheimnisse zu enthüllen ooooh komm 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 agg Hm, ja. Woran arbeitest du? Okay. Die habe ich. Tja, Mensch. Ich habe schon alles beisammen. Ich habe das Logbuch. Oh, mein Grump. Wo hast du das gefunden? Gute Arbeit. Oh, war ihre Schrift immer so schlappig? Es ist nicht Dr. Bad, aber trotzdem. Huh. Was sagt, ich brauche, diese Statuen zu aktivieren, indem sie ihnen den Essen, den sie repräsentieren? Du musst da nicht allein durch. Mhm. Okay. Gut. Okay. Gut. Okay. Okay, liebe Milli. Let's see how we get some of these. Drei Stück brauchen wir. Du bist ein Bananarama. Sie fängt ihre Beute mit den Vorderbeinen und friert sie ein. Also mach, was du wegkommst. Liebt Schokolade. Gott, bist du groß. Okay. Nein, 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 nein. Nee, muss nicht. Wirklich nicht. Vielleicht am Lagerfeuer. Dann stellen wir dich schon mal auf Schoki. Och, ich habe fast keine Schoki mehr. Das ist nicht gut. Zwei Stück brauche ich von denen. Bist du? Du bist ein Chippy. Ich kann mich nicht äh mits 마라, sondern br sind mit dem Chatzen. Du bist ja das. Du bist ja auf derufe, etwas Schaden. Du bist ja hier und flivierig. Du bist ja hier mit derufe. Ja, das ist ja hier. Ach, du bist! Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe... Ich habe alles. Ich habe alles. Nein, Scheiße, okay ein Versuch habe ich noch Nein, 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 nein. Na komm, hoch Na komm runter Ohja Warum ist noch ein Lagerfeuer Nein Oh Okay Muss man nochmal Schokolade besorgen Okay, was haben wir hier Chippie Kuli Millie Gulaschscharf Gulaschscharfe Soße Brauche Schokolade Nützt alles nischt Dann gehen wir kurz Schokolade voll machen Hmm Die Musik Die Musik Okay Also Dann machen wir alles nochmal voll Atmos Butter ist voll Ranch dressing ist jetzt wieder voll Käse Doki Ketchup Ja ja Ich Kriegt's noch keine Erweiterung mehr aber wir machen nochmal Platz Das 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 Okay Es sollte reichen Ja, ich mal wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Mann. Okay, und nur? Was brauchst du? Schokolade. 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 das knall hat dran vorbei so Nee, jetzt ist der geschmolzen oder was? Oh, come on. Oh, come on. Komm, 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 komm. Nee. Komm, schlecht hier am Eingang. Okay, was ist hier draußen noch so unterwegs? Ein Marmelatscher. Gibt Erdnussbutter und Feuer. Ja. Hm. Das müsste reichen. Hier muss ich heute Nacht wieder kommen. Ach als ob. Könnte direkt von der Wand weggeschnappt werden. Laufen wir den mal entgegen. Hier drüben klettert er die Wand hoch. Könnte direkt von der Wand weggeschnappt werden. Kleiner mieser Drecksack. Kirschnapper. Kirschnapper. Ey. Das ist immer wieder ein Klassiker. Scheiße. Liebt Erdnussbutter. Interessiert ihn gar nicht. Zack bin ich wieder hier. Ja. 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 Hmm. Hier irgendwas, was den attackieren könnte. Du vielleicht. Hier irgendwas, was den attackieren könnte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schlafgelegenheit Sieht nicht so aus. Liebt Schokolade. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ach komm schon. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Vorne müsste ja die Hütte gewesen sein. Da müsste ein Bett drin sein. Dann schlafen wir bis 17 Uhr. Dann müssen wir noch eine Stunde rumkriegen. Er ist auch wieder da. Ja komm, dann kümmern wir uns doch schnell um ihn. Neh, neh, neh. Meine Güte. Nervt nicht so. Natürlich ist das Ding auch wieder runtergefallen. Okay, jetzt mal hab ich genug Zeit. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das hätten wir So, das hätten wir So, das hätten wir Okay, das hat noch nicht ganz gereicht Oh, hat's doch Okay, fehlt noch einer Vielleicht keine Ahnung, ob ich den Keks bekomme Hier, wo wir die schlafen können Hmm, scheint nur wenn des Tages zu erscheinen Oh Ein verschollener Forscher aus relativ moderner Zeit Zugefrorener Lagerplatz Ein gefährlicher Ort, um dort sein Lager aufzuschlagen, aber die Aussicht ist atemberaubend Schwer zu sagen, wie lange dieser Platz schon existiert Okay, zwei haben wir Und haben wir eigentlich noch im Inventar Hallo Okay, kriege ich keine Namen, alles gut So Zuckerguss gibt, was haben wir hier? Bananenhüpfer, Icehorn, Kirschenlapper, Bananarama Chippy, Kulimili, Marmelatschat, Limonix, Gulaschow, Instakrabler Shit Ähm Das ist klar Das ist klar Ein Mettenschalinger Das sind zwei Bananahama Sorbetina Sorbetina Bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier sein müsste Vielleicht das da, weiß es nicht Muss ich mir gerade nochmal was angucken Lutscherlinger Naja Ist das der Mettschalinger Dann muss ich nochmal den Grill graben Dann muss ich nochmal in den Grill graben Hnm Hm 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 Ich glaube, ich brauche Tag. Das ist jetzt dichter als den Berg nochmal hoch. Ich glaube, die Marmeladenviecher kriege ich relativ easy. Die fliegende Marmeladenbrote. Ja, mit Schallinger. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Ja, mit Schallinger. Scheint nur während des Tages zu erscheinen. Ja. Da. Dieser selten Flieger sucht nach seiner Lieblingssauce. Er will am liebsten darin baden. Okay, Erdnussbuttergelee. Oh, Peanut Butter. Wollen wir mal. Na komm. Der fliegt ein bisschen tiefer. Ja. 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 Arschloch. Wo ist er hin? Oh, da ist noch einer. Ja. Ich würde mich wundern, wenn es funktioniert. Ja. 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 Belastend. Ja. 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 Jaaaack, Baaard! Das war's für heute. cool dass das funktioniert holy shit okay damit habe ich dann wirklich nicht gerechnet okay wollen den unteren Weg wieder haben wir hier wenigstens schon mal alles andere Seite geht runter na komm hier ist auch ein Basislager quasi hier kann ich auch schlafen ja ok haben wir das auch gefunden ok Chippy du warst Gulaschorf du warst Kühlmeli ne nein ah sie lieben mir nichts du bist okay du bist okay du bist okay, richtig? keine drowsiness numbness oder missen nope sorry haha don't mind me i got the rest of the snacks okay next she says oh she says we need three grumpuses to do the final step no no this mountain is unstable the more of us there are stomping around up here the more likely it is will cause disaster i can't let anybody else get hurt for my sake i feel bad enough involving you tu es ja nicht nur für dich oh was würde Lizbert tun? ask Philbo Liz trust Philbo for some reason i'll wait for you here watch your step on the way back down ok na klar ok 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 Zeitquests weitermachen erstmal aber zumindest zwei fertig gut